Da ist der Jonny und das ist die zweite Ausgabe von meinem Videotagebuch. Ich habe entschlossen, das einmal in der Woche zu machen und damit eine Regelmäßigkeit reinkommt, ich werde versuchen, ich werde mein Bestes tun, das immer Dienstag am Vormittag rauszubringen. Jetzt bin ich ein bisschen im Verzug, es ist nämlich jetzt schon 12 Uhr und ich werde sicher nicht am Vormittag rausbringen können. Ich werde schauen, dass ich es am Nachmittag online stelle. Aber von jetzt an werde ich versuchen, das immer Dienstag am Vormittag oder in der Früh am Dienstag online zu stellen, damit ihr immer wisst, okay, Dienstag in der Früh ist Jonny's neue Videotagebuch online. Ich mache immer so eine kleine Zusammenfassung der Woche und wir fangen jetzt bei Dienstag an. Also letzte Woche Montag habe ich es online gestellt und seitdem ist einiges passiert. Dienstag haben wir die Tanzstunde gehabt. Dienstag haben wir die Tanzstunde gehabt. Sehr gut. Gebt es euch bitte einen Applaus. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das waren unsere Anfänger. Ich bin sehr stolz auf sie. Und nächstes Mal zeige ich euch einen Ausschnitt von unserem fortgeschrittenen Team. Das war einmal der Dienstag und am Mittwoch war ich dann bei meinen Produzenten, beim Sensei und wir haben an einem meiner neuesten Songs gearbeitet. Ist noch nicht ganz fertig, aber es wird ein sehr cooler Song. Ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt. Cooler track, oder? Ja, das ist ein Mirk-Falter. Ja, auf jeden Fall. Ich bin fest am Arbeiten und da kommt noch einiges. Und ich glaube, es wird ein sehr gutes Album, wenn es rauskommt. Und dann müsst ihr es alle kaufen. Ja, das war der Mittwoch. Da war ich mit dem Sensei im Studio. Am Donnerstag habe ich mit einer Opernsängerin, eine Susan Ali, eine Probe gehabt für den Gospelchor. Wir haben nämlich Samstag in Wien ein Gospelkonzert gehabt, ein Benefiz-Gospelkonzert. Und da waren einige von euch dabei. Da habe ich auch mit der Alex von Stamania gesungen. Und da habe ich jetzt auch leider keine Fotos, aber ich werde sie auf MySpace dann online stellen. Irgendwann die Woche, sobald ich die Fotos kriege. Ja, und am Donnerstag haben wir eben Probe für den Gospelkonzert gehabt. Und am Freitag bin ich dann nach Klagenfurt runtergefahren. Da habe ich mit meinem Freund Mac, Mac MC, ist ein cooler Rapper aus Kärnten. Und da habe ich mit meinem Freund eben Black Music Night in Klagenfurt gehabt. Und war wirklich ein fetter Sound, war ein sehr cooles Konzert und da sind ein bisschen wenige Leute gekommen. Aber die Stimmung war trotzdem Hammer und da zeige ich euch jetzt auch ein paar Fotos. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir wieder da. Das war Freitag, Klagenfurt. Am nächsten Tag habe ich mich wieder in den Zug gehauen und bin nach Wien wieder raufgefahren zum Gospelkonzert. Soundcheck machen. Da war ich um drei Uhr in Wien, haben wir Soundcheck gemacht. Da habe ich die Alex vom Busbahnhof abgeholt, sind wir wieder zurück. Haben den Auftritt gehabt, war echt ein super Erfolg. Und Fotos sind dann demnächst auf MySpace online. Und ja, dann habe ich in Wien übernachtet. Und in der Früh bin ich dann gleich wieder nach Klagenfurt zurückgefahren. Und zwar für Österreichs Next Topmodel in der Jury sitzen. Und dort habe ich auch ein paar Songs sehen dürfen. Und das war auch ganz lustig. Ich bin dort übernachtet, jetzt wieder im Hotel und bin am nächsten Tag wieder zurück nach Wien. Und das war gestern. Gestern bin ich, Montag bin ich von Wien angekommen. Und ja, das war's für heute. So schaut eine Woche im Leben von Johnny Palmer aus. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Ciao.